Moin Leute, bei dieser Aufnahme ist mir so ein bisschen was schief gelaufen. Ich hab da irgendwie mit dem Greenscreen-Schemmer Blödsinn gebaut. Das bedeutet, an allen Stellen, wo auf der Map irgendwie was Grünes ist, gibt es jetzt immer so hässlige, schwarze Lebraflecken und ich weiß nicht, wie ich die wegbekomme. Macht aber nichts, das Spiel war eigentlich trotzdem ganz witzig. Und seid mir nicht böse, beim nächsten Mal versuche ich es natürlich besser zu machen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Krokettenpool. Und ich bin sehr froh, dass ich mal wieder in der Kluft unterwegs sein darf. Und ich habe Xaya bekommen. Es ist sehr schön. Dass ich endlich mal diesen neuen Champion oder dass ich auch euch mal neue Champions direkt mit Dingsbums... Wenn ihr das wollt, dass ich öfter die neuen Sachen spiele, dann müsst ihr das mal sagen. Weil sonst spiele ich einfach das, worauf ich Bock habe. Beziehungsweise gucke auch manchmal in die Kommentare. Also könnt ihr auch gerne Vorschläge machen. Aber ich kann mich nicht immer dran halten, weil manchmal bin ich dann auch so nicht in the mood. Heute machen wir mal so ein bisschen Pre-Made. Ich habe halt Leute aus meiner Front... Friendlist eingeladen. Die werde ich natürlich jetzt mit in die Kluft integrieren. Und mit dabei ist Lulu hier im Voice-Channel. Also ich werde ab sofort immer eine Person mit im Voice-Channel haben. Und werde auch versuchen, euch da so ein bisschen zu integrieren. Was ist hier denn los? Bla, 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 was hier? Hä? MSI, Phantom, Dingsbums... Cara, bist du am Start? Das geht? Ja. Ja, hi. Äh, hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Sehr schön. Mit dabei, wie gesagt, sind Leute aus meiner Friendlist. Und die gute Kayari ist mit mir auf der Botlane und im Voice-Channel. Es wird also, wie gesagt, immer nur eine Person geben, die im Voice-Channel mit dabei ist. Aber jetzt ist es halt Kayari oder Cara. Oder wie soll ich? Wie? Darf ich? Cara ist okay. Okay, okay, okay. Cara, so kriege ich keine Klicks. Du musst halt schon auch als Frau, musst du dich jetzt hier ein bisschen beteiligen. Sonst wird das nix mit deiner Bezahlung. So, jetzt geht's hier gleich los. Übrigens, irgendwie gefühlt, eine halbe Woche keinen Loil gespielt. Deswegen wird das hier bestimmt eine richtige Clown-Fiesta. Oh, ich komme nicht raus! Oh mein Gott! Die Mähens habe ich geblockt. Ich glaube, ich habe an die Base. Ich habe 1000 Gold. Das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Wir müssen ja nichts übersturzen. Ich habe ja auch keine Dingsbums. Ne? Was haben wir das mehr? Cara, bist du noch da? Ja! In unserem Team ist halt übertrieben die Frauenpower. Nur Cannon ist noch mit dabei. Das ist ein bisschen der einzige... Aber weiß man, ob Cannon wirklich ein Typ ist oder nicht? Ich glaube, das ist ein kleiner Junge, oder nicht? Cannon ist auch jetzt tot. Ist auch nicht so gut. So, was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich schon gleich nochmal töten, würde ich sagen. Wir können euch mal den Weger, den können wir auch mal in Bedrängnis bringen. Gerne. Oh, darf ich jetzt den Menü verpassen? Ja, schalte aber direkt. Okay, Flash und hier ist er raus. Nice. Oh, Ari hat Bock. Okay, müssen wir ihn hier zu Ende pushen. Oh, lol. Oh, schwierig. Was war das denn? Horus. Double Kill. YouTube Horus. Der echte. Holy Shit. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Kaffee. Hm. Wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Schwarz wie meine Seele. Jetzt können wir eigentlich wieder rein. Oh, Hilfe. Oh, Gott. Oh, was? Was ist hier los? Oh, Gott. Ich habe es gar nicht gesehen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich brauche ein bisschen mehr Elan von dir. Ich, ähm. Musst du auch mal, hey, oder, uh, oder sowas. Weißt du? Welche Sachen? Ich werde jetzt immer einen sehr energischen... Uh. Oh, ja. Da sehe ich dich. Das hört sich jetzt schon in der Probe sehr gut an. Komm da rein. Nice. Ja, nice. Wie kann man mit dem Bass? Okay, Ari kommt. Wir müssen noch ein bisschen aushalten. Nein, der hat überlebt. Oh, weil ich kein E abhatte. Oh, really? Oh, was? Oh, really? Jetzt bin ich böse. Easy gesteilt. Jetzt brauche ich nur Hilfe. Easy gesteilt, den Scheiß. Ja, hier rein. Oh, Hilfe. Ja, hier rein. Ah, das wird jetzt... Ah, das wird jetzt unangenehm. Das war jetzt unangenehm, weil ich kam da ja nicht mehr raus. Und ich habe jetzt in zehn Sekunden Flash. Na ja. Next time will it be better. Oder so. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vieles stehe. Ich stehe jetzt 4-1. Ach, Mann, ey. Jetzt ist der Vega da. Ich kriege die Krise. Ich darf. Nee, ich war auch out of position. Kara, bist du noch da? Okay. Ja, das war ein tolles Lebenszeichen. Danke. Rein in den Laden. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Jetzt ist schon wieder draus. Boah. Sehr, sehr geiler Dorsch. Einfach rein. Und der Vega sind ja eh nix. Nice shield. Nice game hier, Allah. Schön alles herkassiert. Oh, der hat das echt mal überlebt. So eine Frechheit. Ja, das war's. Das war mal wieder eine Runde Krokettenpool. Hat wieder richtig Bock gemacht. Äh, Lube. Hat wieder richtig Bock gemacht. Wenn ihr auch mal Bock habt mitzuspielen. Ich werde ab und zu mal, jetzt glaube ich, auch mal so einen Mitspielplatz auf Twitter verlosen. Da könnt ihr dann quasi mal mitspielen. Follower auf Twitter sein, muss ich an der Stelle sagen, ist kein Muss. Aber ist natürlich dann ein Vorurteil, wenn ihr mal Bock habt mitzuspielen. Ich werde das immer über Twitter machen. Ne? Dementsprechend, äh, danke fürs Einschalten. Ähm, Cara, sollen die irgendwie bei dir irgendwo was machen? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Okay. Äh, ja, danke an Cara, dass du mitgespielt hast. Ähm, und, ähm, ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017